Wieso unterstützen Sie Jürgen Rüttgers und warum muss Jürgen Rüttgers Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben? Also ich unterstütze ihn deswegen, weil ich weiß, dass er ein Mann ist, der Grundsätze hat. Er ist ein Mann, der sehr stark daran denkt, dass dieses Land weiterhin regiert wird, auch aus dem Geist der katholischen Soziallehre heraus und der evangelischen Sozialethik. Und ich bin lange der Meinung, dass diese damals erdachte Gesellschaftstheorie die beste Theorie ist für das Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde. Und es gibt nur noch wenig Politiker in Deutschland, die das so konsequent betreiben wie Jürgen Rüttgers. Deswegen passt er, finde ich, zum Arbeitnehmerland Nordrhein-Westfalen und wir müssen alles daran setzen, dass er unser MP bleibt.